Herzlich Willkommen bei 1 Minute Fitness für Dich. Deine Möglichkeit, jeden Tag eine Minute etwas für deine Fitness, für deine Lebensqualität zu tun. Es sind ländlich 60 Sekunden am Tag, die du dir wert sein solltest, da die meisten von uns einfach nichts machen, sich viel vornehmen, aber nicht zusetzen. Diese Plattform ist dafür da, dass du wenigstens täglich eine Minute etwas für dich machst, mit verschiedensten Übungen, Beweglichkeit, Grundlagenausdauer, Kraftausdauer, Koordination, Konzentration. Es ist für alle etwas dabei, jeden Tag eine andere Übung. Mach es einfach mal mit, abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr sofort täglich informiert werdet, wenn das neue Video hochgeladen wird und dann bekommt ihr täglich die Möglichkeit, eine Minute etwas für euch zu tun. Und wenn ihr dann irgendwann mal länger dran seid, werdet ihr merkt, dass es richtig was bringt. Oder sogar sagt, ey, eine Minute ist mir jetzt zu wenig, jetzt möchte ich mehr. Es ist natürlich nicht verboten, mehr zu machen, ja? Okay, super. Willkommen beim Tag 20. Macht direkt mit. Und zwar starte ich den Timer jetzt erstmal. Und zwar werden wir heute eine der effektivsten Ganzkörperübungen machen, die es so gibt. Und bei allen macht euch vielleicht ein bisschen wahr, bevor ihr das Video übermacht. Und wir gehen runter in die Liegestütze, machen eine Liegestütze, springen auf den vollen Fuß und springen hoch. Das machen wir jetzt eine Minute lang. Das ist der Burpee, der Liegestütz-Hottsprung. Sehr gut. Eine Minute lang. Anstrengung auf die Körperspannung bei der Liegestütze. Unser effektiver muss die Minute sein. Der Körper wird in der einen Linie bei der Liegestütze. Sehr gut. Das ist die Verbrennungsmaschine schlecht hin. Der Burpee. Alle Muskeln werden aktiviert. Und der Schnappwechsel ohne Ende. Und alle Kurbel. Wenn euch das veranstrengend ist, dann geht auf die Knie. Geht langsam hoch. Und macht euch langsam den Kopf. Ja? Und für die, die merken, springen richtig hoch. Komm, noch ein bisschen. Fünf Sekunden. Hey, danke schön. Das war's. Kommt jetzt zum Tag 21 und gleich dran. Okay.